So Jungs, schnell laden! Wer gewartet, vor an den Erdwall zu mir! Was war das denn jetzt? Meiner Schätzung nach haben wir sogar mehr Tickets verloren. Du Schiateri. Äh, die Runde wurde neu gestartet. Ja, weil beide Seiten schon übel Verluste hatten... Wohin? An den Mauerwall-Sand? Geht euch hier vor, bitte. Cool. Bajonette, oder nicht? Keine Bajonette gerade. Alles klar. Schickt er irgendwen, der sich nochmal die Stelle angucken soll, ey. Mein Gott. Könnte auch einfach einen anderen Weg laufen, oder? Ich hab den falschen genommen, oder? Nein, ursprünglich kann man schon bis zu der ersten Öffnung rechts durchlaufen. War sehr komisch, wenn sie das nicht geschafft haben. Vielleicht waren die auch einfach viel zu weit unten am Hügel. Könnte auch sein. Was ich eher glaube, weil ich glaube nicht, dass die irgendetwas an ihren Dingen verändert haben. Die Karte ist, soweit ich weiß nicht, Trevor. Na gut, aber wir hatten ja schon mal so einen Bug gehabt, dass irgendwo einfach Grenzen gesetzt waren, wo eigentlich keine sind. Ich weiß nicht, ob du auch sowas mal hattest. Hm, ne. Wir sind aber in alle Richtungen marschiert, überall waren Grenzen. Ja, 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 aber das war ein, ähm, Picket Patrol. Picket Patrol ist ja auch wieder eine Sache für sich, ne? Echt? War das Picket Patrol gewesen? Das war Picket Patrol, ja. So, melde mich zurück. Sehr gut, ab in die Linie mit dir. In die Linie. Oder Second in Command. Fixed Binance. Der Captain kassiert gleich eine Kugel. Ich höre die Schüsse jetzt schon. Was machen wir denn jetzt? Warten. Wir müssen doch eh verteidigen. Immer so ungeduldig. Das Spiel für uns. Fangen wir schon mal an zu beten, dass er jetzt nicht gleich wieder anfängt zu hageln, ey. Was? Hier in der Nähe hat's ja schon vorhin eingeschlagen. Ich bin heute so ein Kanonenkugelmagnet irgendwie. Puh, ich bin auf damit. Vielleicht sind die, äh, 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 sind die Körperteile am Boden ja die Warnung hier nicht hinstellen. Aurel. Ach Quatsch. Wir brauchen kein Schiebel. Das ist Dünger für das Hochbeet. Kannst du? Sind das denn Konföderierte? Scheint so, es sind Grauen und die Vorn. Super. So muss das. Können wir darauf schießen? Nein, die sind schon drauf. Grauen, die Vorn. Bei dir ist... Grau, glaube ich. Oder das hier ist das Bein von dem anderen, ich weiß es nicht. Das linke sieht auf jeden Fall aus, als ob's blau ist. Ein Torso, ja, aber das weint nicht. Darf wir mal scouten gehen? Äh, ja. Aaaaaah! Doch, nein. Genau deshalb. Verluste! Jetzt soll das wieder klappen mit dem Netgrunt, ja, alles klar. Verluste leben doch noch alle. Hörst du? Erstmal pauschal geplayert. Barbaral ist sehr neugierig. Die stehen im Südwesten, bewegen sich aber nicht. Ja, dann... Hoffe ich mal, dass es gleich los geht. Warum sind wir in der Linie hier eigentlich auf Skirmishing? Weil wir geduckt sind. Weil wir geduckt sind. Eier. So, es ist wieder live, Jungs. So, äh... Spaß, das halbe Allemann, vorwärts! Ich hab gedacht, wir verteidigen. Vorwärts! Ja, geht nicht, Scheißberg! Eber hat auch seinen eigenen Kopf. Da siehst du sie vorne. Linie bilden! Im Südwesten sind sie. Mit Flagge. In die Linie, make ready! Take aim! Südwesten, seht ihr die Flagge? Die bewegen sich jetzt. Ha! Ja! Die sind aber noch ganz schön weit weg. Ja, da sind 250 Yards oder so. Ich wollte meinen, da müssten wir haben. 300 Yards aimen. Na ja, jetzt müssen wir anstellen hier. Wollen wir jetzt so verhindern, dass sie rechts rumlaufen, dass sie nicht gut. Ne, jetzt gehen sie links. Weber soll vielleicht einer zurück. Wir verlieren den Spot. Left face! Wieso verlieren wir... Left? Oder? Jetzt der Name Quake forward march. Ja, wenn keiner da steht. Dann wird automatisch die Cap, wenn keiner mehr da ist. Genau. Warum ist die Flagge eigentlich nicht vor mir? Wir sind bis auf neutral und dann bleibt er stehen. Und danach einfach mal... Macht das mal relativ unkompliziert heute. Und... Boat! White face! Die Fahne nach unten. Single line oder was? Ja. Come on. Single line. Äh... Wo ist er hier? Wo ist er denn? Wo ist ein Aurel hin? Hier. Was ist denn? Ja, du mach mal wieder Auge auf der rechten Seite. Nicht, dass die uns in den Augen... Alles klar. Obwohl, ich seh da eine Fahnenspitze. Noch nicht. Das ist eine Pflanze. Der, der die Fahne hält... Ein Baum... Okay. Wahrscheinlich neu dazu. In der Mitte! Feindfeuer kommen. Hey, make ready! Take aim! Ein einziger. Feuer! Hinten am Gebüsch ist noch ein zweiter. Laden! Sobald wir Feindfeuer kriegen, macht ihr einen Schritt zurück und stellt euch hier hinter auf, ja? Ja, die Fahne kann sich direkt unten hinstellen, sonst ist die... ...abschuss gefährdet. Erstens das, zweitens die Leute, die Spawn vor uns sind. So, zweiter Mann, Süd zu Süd-West. Direkt gewischt, rechts daneben, kommt jetzt gerade auf. Anfix bei Netz! Anfix bei Netz! Ihr seht die Fahne! Ja, ich seh die Fahne! Ja, der Lager ist wie best. Fahne! Auf Kanonkugel! Laden! Weisbeweg dich von Süd zu Süd-Ot! Hab nix verstanden, weil der Corporal gerade dazu schief. Wengelahn, left face! Danke! Bitte! And then our quick forward march! Das ist ja wie beim Skifahren, Buckelpistons. Feindfeuer! Right face, make ready! Take aim! Feuer! Seh den Feindlich, ich schieß einfach. Immer gut, oder? Entschuldigung, du musst es sehen. Er steht am Zaun und die Fahne muss sichtbar sein. Ach da, hinten, das Ding ist da. Ja, ist ein bisschen weit weg. Süd zu Süd-Ost steht der. Ja, ja, ich seh das Tränchen. Eigentlich fast genau Süd. Fake! Aim! Feuer! Ah, Verluste! Das war einmal nix, Jungs! Weber, hast du einen ganz rechts draußen noch? Äh, Aurel sollte da noch rumrennen, ja? Ja, alles klar. Ich würde mal einer Bescheid geben, wenn geladen. Loaded! Loaded! Feuer! 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 Feind wechseln, Position! Sie laufen nach links. Richtung, äh, Osten. Ja, lassen wir sie laufen, Jungs! Ja, lassen wir sie laufen, Jungs! Take! Take! Loaded! Niedern! Halt! Halt! Zum Nachladen! Hinter den Erdwahl, Jungs! Wir probieren! sind es ready wenn ihr bereit seid wie noch die mauer rauf dann nein hier links neben mir aufstellen wenn die richtung im süden steht ein baum und dahinter himmelsrichtungen werden hilfreich genau süd südost da rechts ist alles rein direkt süd da hast du einen parenwimpel links vom baum aufsicht das meer schon süd 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 ready take aim feuer treffer sehr gut treffen wir die ja schnell kommen bei netter fokus offizier starten kämpfen anlegen ruhig bleiben keine zeit nicht nachladen bayonette die fahne von kuba die haben noch geladen die haben noch geladen ladet 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 hat geschossen der feuer hat hat ein freies feuer independent feuer einer die fahne hier fahne erst schießen dann die fahne die fahne ist schon wieder verloren aber ich hab den einen nicht getroffen es ist ein bisschen schwer mit dem musketen zu schießen sind nicht so akkurat wie die ganzen neuzeit waffen wieso habe ich jetzt schon wieder den co-post was machst du da warum bist denn jetzt ein co what the fuck alter das ist auch so ein komischer bug ich hasse sowas wenn vielleicht nicht obwohl ich jetzt schon in dem fresse sage warum ich jetzt in co bin selbst nicht vorstellen ja und dann machen sie trotzdem man steht auch erst auf ah das wird wie es mag hier kann es unbedingt fixen also ich habe ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Ja, Langeweile, Corpora Nö, über den Erdball, komm, los, German Rechts rüber, hinter den Büschen lang, links rum Hinter den Büschen lang Kann die nicht durch? Ja, komm her Hier ist das Loch Also Ich helfe dir, wenn du das Loch nicht fährst Das verstehe ich nicht, dass die Leute damals nicht über so eine Äste gehen konnten Naja, ist eben so ein Grafikproblem Achso Und links rein Und diese Berge Den hättest du auch abknallen können, bevor er mich absticht? Ich hab überhaupt nichts mehr gesehen, er hat mich getroffen Achso, ja gut Ich bin hier nur noch grau Nur noch hohe Hi 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 Ich bin tot Ich hatte kein Bajonett drauf Ich hatte kein Bajonett drauf Ich war kurz vorm fertigen Fertigem Laden Ich hab doch weniger Tickets als sie ne Ich mach mal so, heute ist nicht ums zählt umlegen sind wir im Skirmishing oder eben. Wir sind aber auch immer weniger. Ey ich seh die Phone. Ja, äh oh gosh. Wir haben in den Erdwall Jungs dort independent fire erstmal dort summon. Wenigsten schießen können jetzt auch. Ehrig. Wie ist der Zeit dass alle hier sind? Dann fangen wir an. Wie ist denn? Wie ist denn hier? Wir arbeiten jetzt in der Nähe und den ganzen Einzelwanderen. Er hat schon verliert Wir haben unsere Flagge wieder zurück, das ist früh Wir müssen los Wir müssen los Jungs vor, ran in die Wagen Da war ich doch schon richtig hier Oh, wir müssen chargen Gehen wir sonst Oh, nevermind Ich kriege erstmal Dickes Rohr Ne, nicht schneller Das ist nicht wie Zweiter Weltkrieg Das ist auch Billig Krieg Wo die Amerikaner sich gegenseitig über den Haufen geschossen haben GG, Ende Zweite Runde verloren Mal gucken Vielleicht kriegen wir ja noch einen Vielleicht Vielleicht auch nicht Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss